So, wollen wir ihm erzählen von David Madsen oder nicht? Das ist hier die Frage. Wir erzählen mal. Aber du, oder was? Jeder weiß davon, klingt ein bisschen unnett. Was? Ja. Klar. Diese Drecksau von Spiel. Diese Entwickler, das ist nicht euer Ernst. Ich bin absolut unsicher. Aber der fragt uns darüber aus, ob wir mit ihr darüber gesprochen, ob wir die Wahrheit kennen, die sie verschweigt. Wenn der, Alter, wenn der irgendwas mit der Sache zu tun hat, dann dreh ich hier durch. Ich rieche hier am Rad. Ja, ich habe heute mit ihr gesprochen. Sie braucht Freunde und Unterstützung. Ich will nicht, Kate Marsh, die nächste Rachel Amber zu werden. Rachel Amber? Was? Was sie hat mit Kate? Mit all ihren missing persons posters around? Es ist schwer nicht zu denken. Ich liebe Rachel, auch. Aber think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. Es ist nicht so, Max. Es ist ein grosses Angriff. Schreif ich mich nicht. Ich würde es nicht damit machen. Ich möchte das nicht davon glauben. Es ist einfach, Max. Es scheint, es ist einiges Schuss zu finden. Es ist ein Schuss zu machen, Max. Soll ich mich nicht? Ich würde niemals machen das so. Ich würde es glauben, Max. Es ist das, aber... Ich möchte sehen, wie ihr reagiert auf die anderen Seiten. Ich möchte ganz dringend wissen, wie ihr auf die anderen Möglichkeiten der Unterhaltung reagiert. Nein, 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 das war ein... Ich habe mich verklickt. Wir bekommen ein paar Worte von oben, wie wir weitestAdooig aussehen wollen wir auch noch irgendwas? Man, nimm nichtsос Momma! Da war was Neues. Mist. Ich kann nicht zurückspulen, wenn wir reden. Das weiß er. Das nehmen wir weiter. Er spricht es auch an. Ich möchte sehen, wie er reagiert. Nein. Ich möchte nicht Kate Marsh sein, die nächste Rachel Amber. Rachel Amber? Was sie mit Kate? Mit all ihren Missing Persons postersen, es ist schwer nicht zu denken. Ich liebe Rachel, auch. Aber denkst du, Max. Principal Wells hat mich über was du gesagt hast. Es hat... Das ist Aston. Das nehmen wir so hin. Ich glaube, den Rücklauf nehmen wir so hin. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kann man nur so selbstverliebt sein? Ist ja ekelhaft. Stella ist so eine kleine Schüchle. Total lieb. Was ist denn das da? Was ist denn das da drüben? An mein... Was ist denn das da? An meinem Platz. Das sind Nathan... Und... Und Victoria. Und unterhalten sich. Und das ist... Das ist Duo Infernale, oder was? Ne. Der Sabberfaden hier fehlt noch. Hayden, du so? Ja, hier. Sabbern tust du. Mein Gott. So... Wie kann man nur auf sowas billiges reinfallen? Mr. Jefferson und sein Monster. Vor allem, wenn man bedenkt, was ich für Vermutung hab. Ja, ist er auch. Offensichtlich. Shit vor allem. Etwas beschämend. Etwas beschämend. Ach, Daniel. Ich denke, das ist ein cooler. Nein, nein. Redet ruhig weiter. Ist ja nicht so, als könnte ich die Zeit zurückdrehen, oder so. Und da ist so richtig das Fressbrett polieren. Schönes Bild. Mh. Maven ist nicht dabei. Ne, er ist nicht zu weinen für die Fotoklasse. Der ist nur hier immer mit Vicky zu reden. Aber das haben wir schon gesehen. Das war's, weil er ist. Okay. So ist das, wenn ich die Zeit zurückkarte. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Ich würde mich, wie es sich reprodukt. Ich würde es schenken. Ich würde mich persönlich übernehmen. Ich kann nicht glauben, wenn der Herr Nach dem was passiert ist. Ich würde mich auf das Beste sagen. Warte, warte, können wir zurückspulen? Und eine schöne Antwort geben. Ich würde diesen Moment gerne noch einmal erleben. Schade. Nicht. Dann nicht. Wow, Kate läuft da durch den Regen. Das ist so traurig. Oh, bin Hamad da. Oh, bin Hamad da. Oh, bin Hamad da. Es gibt die normalen Beispiele hier. Hat jemand gesehen Kate Marsh? Ich denke, dass alle gesehen Kate Marsh seitdem. Aber sie fühlt sich nicht gut. Sieht aus, dass du ein Video über ein Video verbreitet hast. Vielleicht betrifft ein Student? Oder ein Freund? Ich weiß, wie es fühlt sich, wenn du falsche Bilder von dir selbst bekannten aus dem Welt, um Menschen zu beurteilen. Normalerweise, Menschen brauchen etwas, um zu beurteilen, damit sie sich nicht gut an sich selbst nehmen. Wir können Realität TV für einiges bedanken. Er redet gerade. Ich wollte das nur kurz pausieren, ich möchte ihn nicht unterbrechen. Also, ich möchte nicht in ihn reinreden. Er redet gerade. Er versucht uns gerade eine Lektion zu erteilen und Dinge darüber zu besprechen. Und ich habe hier drei Sachen, die mich ablenken könnten. Die nehme ich jetzt aber nicht wahr. Weil wenn ich jetzt aufs Handy gucke, wenn ich jetzt zeichne, wenn ich jetzt mir das Buch anschaue, glaubt ihr vielleicht, dass das nicht wichtig ist. Ja. 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 Der Chef mit der Knarre heirate mich. Illegal in Oregon. Noch. Scheiß drauf, wir brennen durch. Okay, Entschuldigung, das wollte ich nur kurz. Ihr dürft gehen. Aber was passiert? Ich bin auch gespannt, ich weiß, ich bin so ein Arsch. Sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen lassen. Da ist ein Kommentar da. Ich muss das ganz schnell beenden, damit ich weitermachen kann. Nein, nicht das. Oh Gott. Ich höre das jetzt. Oh Gott. Kann vara, was ich weiß warum? 然后, du halt? Es kann auch sagen, es ist wie ein